hey hallo liebe zuschauer da draußen schön dass du eingeschaltet hast hier bei einem neuen video von mir es ist passiert und zwar ich habe die eine millionen marke hier geknackt natürlich hätte ich es nicht geschafft ohne tobi und marshall steam ja leider wie ihr wisst es ist alles zerbrochen nach und nach und nun mache ich das hier alleine aber vielen dank leute danke auch allen kuxhaven fotografiert fans weil ich ja viel fotografiere danke ich natürlich euch da draußen auch herzlichen herzlichen dank und jetzt möchte ich mich bei den youtuber bedanken die wirklich geil sind also frage kanal vielen dank charlie charles jack vielen dank papa ohne mama tv herzlichen dank bipsi blau anonym comedy die gloria hallo arti matthias schwebenbacken ist liebe der mark mikrokosmos der dmx hallo melanie jules marie ak poral pretty pink nadels bunte welt max green igleis einfach lars my core 84 die liebe tina r und natürlich alle anderen youtuber da draußen vielen herzlichen dank dafür eine millionen klicks erreicht nun geht es auf die zwei millionen zu euer marcel matze kux a.k.a. kuxhaven fotografiert haut rein